Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zur Kingdom Grand Prix und ich hoffe ihr seid vorbereitet für ein richtig und entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise für einen richtigen Gehirnfick, der jetzt gleich auf uns zukommt. Ja, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden wird das Königreich vom Kriegen überzogen, bis der König eine tolle Idee hat und sagt, komm wir fliegen jetzt nur noch rennen und ich lade dazu alle Rennfahrer aus dem ganzen Reich ein. Und schon kommen alle und schon interessieren sich alle nur noch für das Rennen und nicht mehr fürs Krieg machen. Eigentlich eine gute Idee, sollten vielleicht mal die Politiker in unserer Realität umsetzen. Aber natürlich wird in dem Rennen auch geballert, das ist doch ganz klar. Mein Gott, jetzt geht es ja schon im Intro richtig ab. Kingdom Grand Prix, das gab es wohl auch für den Sega der Touren, aber wir spielen die Original-Arcade-Version. Mal einen Credit reinhauen, vielleicht noch einen zweiten und dann geht es rein. Man darf sich sogar einen Fahrer auswählen. Haben wir hier Cain, ne, der heißt Gain. Gain, Kickle and Layles, Bulgin, wer ist sie? Nirvana, ich habe gar nicht unendlich Zeit, was auszulegen. Miyamoto, Unram, Chita. Komm, nehmen wir Gain. Ja, ja, bla 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 bla, was auch immer er sagt. Ja, natürlich, ein weiterer Easy Sieg, wollen wir mal sehen. Während er gerade von seinem Raumschiff runterfällt. So, liebes Zuschauer, und jetzt gleich geht es richtig los hier. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Und auf, was ich schießen soll. Achso, da unten bin ich. Aber ich bin Dritter, wenn ich das richtig sehe. Ja, ah. Bin mal gespannt, wie das nachher auf YouTube aussieht. Wenn ich nur hier hinten fliege, dann bringt mir das gar nichts. Dann verliere ich nur Plätze. Wow, aufpassen. Okay. Dauerfeuer wäre auch schön gewesen, aber gibt es leider nicht. Wow, das hätte ich alles einsammeln sollen, müssen. Natürlich. Natürlich. Ja, mach noch größeren Gegner. Gar kein Problem. Ich fand die sowieso zu klein bisher. Wenn du wüsstest, auf was ich schießen soll. Okay. Das sieht gut aus. Soll auch, dass mich die anderen jetzt überholen können. Ja. Falls ihr noch wisst, was gerade hier so passiert auf dem Bildschirm. Game over passiert. Das ist das, was ich meinte. Das Spiel macht unheimlich was her. Sieht grafisch richtig gut aus. Oh mein Gott, ist das schwierig. Ich habe keine Ahnung, worauf ich gucken soll. Hallo. Ja, continue. Dankeschön. So, jetzt gibt es Gummi. Ja, ich bin ja nur Letzter, klar. Dabei weiß ich nicht, warum ich Letzter bin. Fünf Sekunden Rückstand, obwohl ich gestorben bin zwischendurch. Ah, den nächsten Kurs können wir wählen. Komm, wählen wir mal den hier. Belmatic Ocean. Okay. Vielleicht ist da ein bisschen bessere Übersicht. Ich will noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. So. Lass mich durch. Danke. Wer hat mich denn jetzt abgeballert? Schwachmaten da hinten. Boah, mein Gott. Ich erkenne nichts. Ach, schieße ich jetzt mit Schwertern auch noch? Natürlich. Natürlich, das ist doch wohl ganz klar. Also auch in der Testaufnahme war das Maximale, was ich rausgeholt habe, Platz 3. Boah, mir ist nicht so ganz klar, wie man einen höheren Platz erreicht oder einen besseren. Ja. Vielleicht sollten wir die anderen mal helfen beim Abschießen der Gegner. Damit wäre uns ja allen geholfen. Aber nein. Lass das mal den Standard machen, der schon wieder kaputt ist. Alter Falter. Ja. Continue. Mach Continue. Können wir jetzt an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das ist fair. Ey. Boah. Okay. Ich sehe aber auch nichts mehr, das ist das Problem. Kann ich auch einfach weiterfliegen? So tun, als wäre der Gegner gar nicht da gewesen. Ich glaube, das funktioniert nicht wirklich, oder? Oh nein. Bin übrigens wieder Letzter. Ich vermute mal ganz einfach, man kann doch gar nicht mehr werden als Letzter. So, weg mit dir. Jetzt gibt Gummi. Ach, das war noch gar nicht der Boss. Super. Das war schon eine großartige Idee von dem König, so ein Rennen zu machen. Und weiter geht's. Ich muss gerade noch mal ein paar Coins einwerfen. Boah, Kinders. Macht nicht so ein Kram hier. Ich, ich sehe gar nichts. Wirklich, das ist, also... Ist ja mittlerweile bekannt, dass ich diese Spiele tatsächlich gerne als Gehirn-Smasher beschreibe. Aber hier sieht man nichts. Nichts. Man weiß nicht, wo man ausweichen soll. Gar nichts sieht man hier. Das ist nun mal so. Also, wer das Spiel hier ohne, was weiß ich, zu sterben durchspielt und ein Rennen nach dem anderen gewinnt. Allergrößten Respekt davor. Leute, da bin ich. Wow. Crossfire oder Outcast Castle? Komm, gehen wir mal ins Castle. Ist ja eh egal, wo ich Letzter werde. Hätte ich mal Sheetha genommen. Die ist Erste. Kann ich... Die anderen kann ich nicht abschießen, oder? Die können nur mich abschießen. Was sehr fair ist. Ja, klar. Särge, die Fliegen kommen auf uns zu. Ich glaube, es hackt. Aber zumindest ist das jetzt mal halbwegs übersichtlich. Noch. Oh. Da macht jemand die Tür zu. Und Fledermäuse. Natürlich. Wie im Gegner-Spiel. Jedes Spiel will mich ärgern mit Fledermäusen. Okay, das geht jetzt immer recht gemächlich zu. Aber ich vermute mal, der große Knaller wird gleich noch kommen. Da war er. Aber super, dass man seine Power-Ups verliert. Wenn man stirbt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Münzen einsammeln. Total toll. So, Boss. Nee. Nee. Ja, mach noch ein paar Särge. Genau. Das ist vielleicht heute ein Betriebsausflug vom Friedhof hier. Man weiß es nicht so genau. Wo bin ich? Wo sind die Gegner? Achtung, Achtung, Achtung. Mümien. Zombies. Und ich bin Dritter. Aber das Ziel kommt näher. Das wäre immer super, wenn ich mal auf dem Treppchen stehen würde. Aber jetzt kommt der Boss. Natürlich. Ich schaue mir da einen lahmen Daumen. Oh, Dracula kann Kartentricks. Was kommt jetzt? Es kommt bestimmt irgendeine Gemeinheit. Toll auch, dass meine Gegner einfach am Boss vorbeifliegen können. Also den Boss besiegen, das ist meine Aufgabe. Ganz egal, dass ich dabei natürlich immer Plätze verliere und sterbe und hast ihn nicht gesehen. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, ich besiege den Boss. Na klar, einer muss sich auch opfern. Aber noch bin ich vierter. So, komm. Gib Gummi. Vierter Platz wäre ja schon mal was. Ah, dich überhole ich noch. Schade. Ich habe verloren. Da muss ein Fehler vorliegen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Deeply Dungeon oder Cold Corridor? Ich glaube, wir nehmen mal den Cold Corridor. Und da ist unser erster Punkt. Damit sind wir nicht mehr letzter. Finde ich praktisch. Ich würde sagen, einen Kurs können wir uns noch angucken. Mein Gott. Ist das ein Spiel? Das kann man wohl auch zu zweit simultan spielen, wenn ich das richtig deute mit dem Push-Start-Button. Damit noch mehr auf dem Bildschirm los ist. Natürlich. Natürlich. Ist ja noch nicht genug los. Hurry up. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss noch ein bisschen auf die Gegner achten. Sonst passiert nämlich sowas. Außerdem kann ich nicht überall entlang fliegen, wie ich gerade merke. Ja, natürlich. Mhm. Einer eist mich ein, der andere schießt mich ab. Das nenne ich mal Teamwork unter Monstern. Ja. Ja, hurry up, hurry up. Was ist los mit dir? Ich bin letzter, natürlich. Also von der Idee her, muss ich sagen, von der Mischung hier, nicht nur ein Shooter, sondern auch ein Rennen. Das ist gelungen. Und es gibt sicherlich Fans, die wirklich auf sowas stehen. Nichts zu erkennen auf dem Bildschirm, aber Spaß haben dabei. Und es gibt sicherlich auch Freaks, die das durchspielen. Ohne Pleite zu gehen. Da ist die doofe Fee, die natürlich jetzt einfach da weiterfliegen kann, vermute ich mal. Oh nein, sie kämpft mit. Ist ja super. Okay. Habe ich noch einen Coin? Nein, habe ich noch. Wow. Ja, sicher. Ja, ja. Ja, ich finde auch, du schießt noch nicht genug. Ja, ich kann nichts hurry-up machen. Nein. Habe ich noch einen? Habe ich noch. So, das war's. Gib Gummi. Die doofe Fee hier neben mir. Die werden wir ja wohl abhängen können. Ich bin auf jeden Fall siebter. Das ist ja gar nicht so schlimm. Uh, mein Gott. Das waren jetzt anstrengende Minuten. Ich würde sagen, an der Stelle reicht's auch. Interessantes Spielchen, interessantes Shooter. hoffentlich hat's euch gefallen. Das war Kingdom Grand Prix auf dem Arcade aus dem Jahr 1994. Ich mein 1994, ja. Naja, ich muss jetzt erstmal meine Hände ausschlagern gehen und meinen Gehirn entknoten. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.